Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video auf ganz spontan. Es ist Samstag, ich komme gerade aus dem Gym und ich dachte mir, heute gibt es Smashburger. Also, nix wie los zu Bio-Fricke, Hack holen und nachher Burger machen. So, jetzt bin ich zu Hause und wir sind wieder zur normalen Kamera geswitcht. Ihr habt gesehen, ich war wieder bei Bio-Fricke, habe ich ja gesagt. In der Osterstraße, das ist so mein Go-To-Laden am Wochenende. Sonst bin ich ja hier immer am Freitag auf dem Wochenmarkt, auch bei Bio-Fricke. Da kann man sich dann die Sachen bestellen. Da in der Osterstraße haben die auch immer eigentlich alles da, was man braucht. Da habe ich kurz vorher angerufen und habe gesagt, hey, ich hätte gerne frisch gewolftes Hackfleisch für Burger-Patties. Und dann wolfen wir es immer ein bisschen gröber und das ist auch dann richtig top. Also, was machen wir heute? Smashed Burger. Ja, und wir gehen jetzt als allererstes ran und machen das Hack fertig. Da kommt noch ein bisschen Gewürzmischung dran, ein bisschen Senf dran. Und dann machen wir die, naja, Patties machen wir in dem Sinne nicht, sondern wir machen Kugeln. Wir machen kleine Kugeln und die werden dann später zerrückt. Smash Burger eben. So, also Burger-Patties habt ihr jetzt gesehen. Einfach nur 100 Gramm abgewogen, damit die nicht zu dick werden. Ja, bei Smash Burger wichtig, dass die dünn sind. Wie so Smash Burger. Wir machen jetzt gleich, also die Plansche wird ja gerade heiß, der Grill wird gerade heiß so. Und dann machen wir da ein bisschen Schmalz drauf, ganz normal. Und dann nehmen wir so eine Kugel und dann drücken wir die mit diesem Glätteisen, wahrscheinlich ist es ein Glätteisen. Mit diesem Plätteisen flach und platt. Und dadurch, dass die dann ganz dünn werden, werden die super schnell cross, super schnell ready im Prinzip. Ja, also die müssen ja nicht irgendwie mehrere Minuten pro Seite und so weiter, sondern einfach nur zack, drehen. Also dann nicht nochmal platt drücken logischerweise. Also langsam jetzt mal. Kugel rauf, platt drücken, bisschen warten, drehen, Käse rauf und dann im Prinzip nur kurz abwarten. Und dann sind die fertig und dann sind die saftig und dann sind die geil. Ja, so, was habe ich da rangemacht? Habt ihr gesehen? Senf. Und dieses Burger-Gewürz hier von Stay Spiced. Das finde ich eigentlich immer ganz geil. Und ich bin ja so ein ganz, ganz einfacher Purist bei Burgern. Ich schneide jetzt noch Zwiebeln. Dann habe ich Burger-Gurken und Burger-Soße. Diese hier von Blockhaus feiere ich. Die finde ich ultra lecker. Und Brioche-Banz natürlich, ja, Standard. Und das ist nicht so. Zitzen. Zitzen. Bis zum nächsten Mal. Was sagen wir dazu? Also ich habe das logistisch mal wieder alles richtig gnadenlos verkackt. Filmen und Essen machen und so weiter, das muss man auch irgendwie drauf haben. Aber es ist, wie man sieht, saftig, schmaftig. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und auch in der Diät natürlich möglich. Man muss es nur wissen, wie. Vernünftig abwiegen. Nicht so viel Käse, nicht so viel Soße, aber es ist wirklich sehr geil. Lass mir die jetzt noch schmecken. Dann werde ich mich gleich mit dem Fazit. So Leute, alle, die jetzt noch dran sind, erstmal bitte liken. Und wenn du ein richtig geiler Typ und eine richtig geile Typin bist, dann haust du mir auch noch einen Kommentar an rein. Besten Dank. Also, wir waren am Anfang irgendwie ein bisschen hektisch, ein bisschen chaotisch unterwegs. Habt ihr gemerkt, ne? Die erste Kugel, die ich raufgepackt habe, habe ich sie platt gedrückt, habe ich erstmal glatt das Backpapier vergessen. Und dadurch ist das Hackfleisch direkt an dem Plattdrück-Ding erstmal kleben geblieben. Das soll so natürlich nicht sein. So. Denn war das Ganze auch filmtechnisch gesehen irgendwie ein bisschen durcheinander. Also, ich glaube, viele Leute, die so Food-Grill-Videos oder sowas machen, haben wahrscheinlich auch irgendwie, ja, ein bis drölf Kameraleute. Und wenn man das natürlich alles alleine macht, dann wird das irgendwie ein bisschen schwierig. Ich glaube aber trotzdem, dass alles soweit ganz gut rübergekommen ist, was rüberkommen sollte. Auch wenn man natürlich jetzt zum Beispiel beim Grillen selber nicht so super viel Abwechslung, spannende Kameraperspektiven und so weiter gesehen hat. Das Wichtigste aber, der Geschmack, der war wieder geil. Aber, ich sage euch auch ganz ehrlich, das nächste Mal nehme ich noch weniger Gewürz. Ich habe jetzt auf 500 Gramm zwei Esslöffel von diesem Burger-Gewürz genommen und ich habe einen Teelöffel Senf genommen. Beim nächsten Mal lasse ich den Senf ganz weg und nehme noch weniger von dem fertigen Burger-Gewürz und würde wahrscheinlich tatsächlich dafür noch ein bisschen mehr salzen. Ansonsten finde ich es aber so genau geil. Ja, Schmalz auf die Platte, habt ihr gesehen, damit es halt vernünftig gefettet ist. Und dadurch wird natürlich auch die Kruste dadurch richtig schön, geil, wenn man es so schön platt drückt. Dann brauchen wir noch nicht lange. Ich habe eine Minute pro Seite gemacht. Also Kugel drauf, platt gedrückt, eine Minute, gewendet, Käse, Deckel zu, eine Minute und dann war es das schon. Und auch den Burger, ihr habt das ja gesehen, wie puristisch ich da bin. Büschen Burger-Soße, Zwiebeln, Patties drauf und dann die Gurken drüber und Deckel drauf. Ja, beziehungsweise dann bei dem einen Burger habe ich nochmal Zwiebel genommen. Aber ist ja auch egal. Also für mich muss so ein Burger wirklich easy peasy sein. Ich will da nicht groß Heckmeck drumherum haben. Und klar ist ein Bacon geil, klar ist ein Spiegelei auf dem Burger. Fancy und geschmorte Zwiebeln. Ja, alles cool, aber so ein richtig geiler puristischer Smashed Burger ist einfach ein Traum. Was ich noch ein bisschen besser hinkriegen kann, ist tatsächlich das Brot. Ja, das mache ich. Ich habe das einmal hier im Backofen einfach nur ein bisschen warm gemacht, weil der Sinn und Zweck ist ja das, das Ganze, dass die Brotoberfläche ein bisschen sich zusammenzieht, verkrustet sozusagen und dadurch nicht so viel Saft aufnimmt und dadurch nicht komplett durchweicht. Das ist ja der Hintergrund des Ganzen. Und ich glaube, nächstes Mal werde ich das auch auf der Plansche kurz machen, weil dann ist es natürlich durchgängiger, als wenn man das aufs Rost legt. Wenn habt ihr ja vielleicht gesehen, dann sind diese Linienmuster drauf. Ja, dann ist es natürlich nicht so ganz durchgehend auf der Fläche angebraten. Anyhow, schreibt mir bitte mal rein. Ich habe ja gesagt, Kommentare sind erwünscht. Schreibt mir bitte mal rein, wie ich es besser machen kann. Wie ich die Food-Videos, Food-Videos, wie ich die Grill-Videos einfach noch ein bisschen besser rüberbringen kann, was ihr da sehen wollt. Gut, wird jetzt ja nicht nur hier Grill-Content, Essence-Content geben, sondern weiterhin auch alles Mögliche. Aber irgendwie hat es beim letzten Mal gepasst, hat es heute gepasst. Und deswegen dachte ich mir, machen wir das so. Also, ich sage besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.